Ein wichtiges Spiel steht am Wochenende vor der Tür und Eintracht Frankfurt wird von Spielerausfällen gebeutelt. Die Eintracht ist in München zu Gast und da es in dieser Partie so viele Ausfälle gibt wie selten, muss Niko Kovac sogar von einem Spickzettel ablesen, um niemanden zu vergessen. Beim Prinz sieht es so aus wie im letzten Spiel auch, also er steht uns morgen nicht zur Verfügung, beziehungsweise übermorgen, hat immer noch starke Probleme am Oberschenkel. Der Pferdekuss hat wirklich seins hinterlassen. Johnny de Guzman ist, wie Sie ja wissen, verletzt. Carlos Salcedo ist wiedergekommen aus Mexiko. Er ist jetzt so langsam dabei, wieder ein bisschen mitzutrainieren, aber jetzt erst einmal individuell. Danny Blum ist erkrankt. Ante Rebic ist jetzt auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht bereit für das Spiel am Wochenende. Makoto ist gesperrt, wie Sie ja wissen. Ja, ansonsten sind soweit alle anderen an Bord. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Gegen Bayern München zu spielen, fühlt sich für viele seltsam an. Denn immerhin wechselt Niko Kovac ab Sommer zu Bayern München und steht daher am Wochenende gegen seinen zukünftigen Verein auf dem Platz. Wir haben am Wochenende ein Spiel in München, das ist richtig. Aber das, was wichtig ist, ist die Eintracht. Wir sind noch vier Wochen hier zusammen und wir haben eine Aufgabe. Und das, was mich bei Bayern München im Moment interessiert, ist die Tatsache, wie können wir Bayern am Samstag schlagen bzw. wie können wir dort einen Punkt holen. Ich habe jetzt eine Statistik gehört, ja, dreimal haben wir dort gewonnen, seitdem es die Eintracht sozusagen in der Bundesliga gibt und Bayern München. Es wird nicht einfach, aber das ist eins für uns allein das, was ich sagen kann. Und was auch zählt. Wir fokussieren uns auf das, was wir noch erreichen können. Und dazu zählt dann auch Bayern München. Trainerwechsel hin oder her. Sicher ist, dass die Eintracht hoch motiviert ins Spiel gehen wird. Denn gegen Bayern München zu gewinnen, ist für jede Mannschaft mindestens ein Saisonziel. Doch wie kann die Eintracht in München tatsächlich punkten? Wir haben das in den letzten Spielen, ja, ob wir jetzt das Heimspiel, was wir hier unglücklich verloren haben, ob wir die beiden Spiele in der letzten Saison zu Betracht oder zur Rate ziehen, haben wir das wirklich ordentlich gemacht. Wir haben zwar immer den Kürzeren gezogen, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft es gemacht hat, war außerordentlich gut. An das letzte Jahr, wenn ich mich daran erinnere, müssen wir schon 2-0 führen. Ja, ich glaube, da erinnern wir uns ja alle dran. Es hat nicht geklappt, Kleinigkeiten haben gefehlt und der Ansatz wird immer derselbe sein. Wir müssen gut verteidigen, wir müssen mehr laufen als der Gegner, aber wir müssen auch die Möglichkeiten, die sie uns bieten, die wenigen, müssen wir konsequent ausspielen, um dann letzten Endes auch ein Tor zu schießen. Ob das gelingt, wird sich am Samstag um 15.30 Uhr zeigen. Da ist Anpfiff in der Allianz Arena in München. Das ist Anpfiff in der Allianz Arena in München.